Was bisher geschah. Ist das Blut? Nein! Und so geht's weiter. Nichts mehr zu heilen? Schwacher Lyrium-Trank. Marbarikeks. Marbarikeks stellen langsam einen kleinen Teil der Gesundheit und ausdauernd eine Marbarie-Hunde wieder her und heilen dann diesen von einer Verletzung. Ah, das ist wahrscheinlich der Hund, den ich später haben darf. Ach, der sieht dann so aus. Aber selbstverständlich. Doppeltgebackene. Aha. Was? Oh, Wobbies. Weißt du, spontan mache ich jetzt einfach mal den Zwinger nicht auf. Stell ich mir vor, ist vielleicht keine gute Idee. Genau so wird es geschehen. Nachdem ich gerade die ganzen Kumpels hier gekillt habe und die, die ihn fressen bringen. Holy shit, das ist ja auch nett. Wie schnell die hier verwesen. Interessant. Und davon habe ich Geld erhalten. So, vielleicht sollte ich speichern und keine weitere Tür mehr aufmachen, wo Feinde hinter sein könnten. Kann ich das so sehen? Den kann ich nicht. Das ist ja auch interessant, dass das so ausgeblockt ist. Es tut mir ja, ich würde wirklich gerne überall rein, aber ich glaube, ich sterbe dann einfach. Wie, weißt du, wir können es ja mal testen. Ich habe ja jetzt gespeichert. Ich speichere gerne nochmal. Und dann gehen wir hier rein. Und sehen. Oh, gar nichts. Hallo. Hallo, junge Frau. Ich gehe da mal ran. Da war wieder ein Schloss vor Entriegelt. Ach so. Ach, kein Minispiel. Ich hatte so Angst, dass es wieder Minispiele gibt. Wie ihr wünscht. Naja, Kotex-Eintrag. Geschichte von Ferelden. Kapitel 1. Die Frage ist, sollte ich wirklich alle Kotex-Einträge vorlesen oder nicht? Oder, ich weiß nicht. Ich habe im Kotex auch nicht wirklich viel gelesen von Mass Effect und trotzdem doch recht viel mitbekommen. Das heißt, ich lasse die Entscheidung einfach mal euch. Wenn ihr wirklich wollt, dass ich, Legasthenikerin wie ich bin, alles vorlesen soll, dann mache ich das. Dann mache ich das. In extra Folgen allerdings nicht immer dann, wenn ich was finde, damit die Leute, die es nicht interessiert sind, skippen können. Aber ich würde es tun. So aufaufragungsbereit bin ich. So, jetzt speichere ich nochmal, weil ich vergessen habe, ob ich gespeichert habe. Du? Warte mal, warte mal. Ich habe einfach nichts mehr zum Heilen und drei Leute sind zu viel. Das kriege ich nicht hin. Und was ist hier los? Okay. Weißt du, wir gehen da einfach jetzt durch. Und sparen uns die Gegner hier. Das ist doch eine gute Idee. So, in die Richtung waren wir unterwegs. Oh nee, von der Richtung kamen wir. Warte mal, wir müssen da lang. Bitte, ich will nicht sterben. Oh Gott. Oh Gott. Na dann tust du es doch. Holy shit, schrei mich nicht an. Kann ich das irgendwie... Kann ich hier? Hä? Wieso kann ich zwei nicht benutzen? Nee, wir greifen schon denselben an. Das ist eine bessere Idee. Ich würde ihn gerne stun da hinten, aber irgendwie... Wahrscheinlich muss ich nah dran stehen. Kann das der Fall sein? Ja, renn noch ein bisschen rund. Hab ich noch ein bisschen mehr Zeit. Kannst du jetzt... Ja, sie hätte dran... Ja, okay. Warum es eben nicht ging, weiß ich nicht. Aber na gut, jetzt wäre sie automatisch hingerannt. Sind sie nicht alle freundlich mit ihren Kommentaren während des Kampfes? Ich heile den... Ich kann den ja gar nicht heilen, fiel mir gerade ein. Ich wollte... Ich wollte erst sagen, ich verweige es. Ja. Das ist... Mami. Ich hätte diese eine Tür nicht öffnen sollen. Absolut nicht. Okay. Wir speichern jetzt nach Nebenkampf. Ich hab Angst. Wo geht's denn hier eigentlich? Oh je, was soll das denn schon wieder? Da ist doch gar keiner. Wo müssen wir denn überhaupt lang? Wir sind im Fight. Ganz offensichtlich. Aber ich würde erst gerne gucken. Hier kann ich mir gar nicht lang. Okay, na, war mein... Vielleicht hört er uns gar nicht. Vielleicht können wir Sneaky sein. Sneaky? Sneaky? Ah! So, was machen wir denn jetzt? Oh, er ist gar nicht voll geil. Das hätte ich vielleicht abwarten sollen. Oh, ist das so richtig? Ich gieße mir mal eben nebenbei was ein. Können wir ja eh nicht ändern hier. Also man merkt schon, es fühlt sich sehr actionlastig an, das Kenzen. Ja. Und es ist halt kein Mass Effect, war? Es ist halt ein ziemlich Standard-RPG, was in diese Richtung geht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Könnt ihr mal mehr im Bund umstehen? So wird es geschehen. Ach, schön. Ich hab zwei. Ich hasse das. Aber wir müssen weitermachen. Ja. Du kannst ja mal kurz eine Runde chillen hier. Deine... Deine HP quasi wieder recken. Und dann gehen wir durch diese Tür. Vielleicht können wir dadurch, äh... ein paar Leute vermeiden, wenn wir so außenrum gehen hier. Aber nur mit voller HP. Come on. Ich wünsche, die könnten sich hinsetzen und dadurch schnell HP regen. So, jetzt sprechen wir nochmal. Reizend. Weil hier... Oh, gar nichts ist. Und hier komme ich nicht lang. Schlüssel erforderlich. Wie schade. Naja, war ein Versuch wert. Können wir denn hier lang? Wahrscheinlich auch nicht. Schlüssel erforderlich. Okay. Oh geil. So, hier ist eine Sackgasse. Ich hab was entriegelt. Holy fuck. Äh, das war jetzt nicht klug. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ach, der bleibt Stunt. Ist ja interessant. Wieso greifst du eigentlich mich an? Aber selbstverständlich. Ich dachte, wenn die gestanden sind und angegriffen wären, kommen die sofort raus aus dem Stunt. Aber offensichtlich nicht. Irgendwie nervt mich das ein bisschen, dass die so laut schreien. Aber ich glaube, das hängt mit der Dialoglautstärke zusammen. Und wenn ich sie leiser drehe, dann ist sie halt auch in den normalen Dialogen leiser. Das wäre irgendwie ungünstig. Das wäre ungünstig. Nochmal ein schwacher Umschlag. Das ist sehr gut. So, ich hoffe, das hat jetzt was gebracht. Geerbte Halskette. Huh, Geistresistenz. Geistresistenz. Das heißt, es gibt auch Geister oder ist das irgendwie nur eine Art Element? Das ist auch eine sehr interessante Möblierung in diesem Raum hier. Was ist das überhaupt? Was zur Hölle ist das? Das ist kein normaler Schädel. Ganz, ganz sicher nicht. Okay. Wir lassen... Vor allem die Dinger sehen hier so echt aus. Ich denke die ganze Zeit, die greifen mich gleich an. Ich würde gern diese Geistresistenz haben. Auch wenn ich nicht weiß... Ich glaube nicht, dass uns ein Geist über den Weg läuft. Demnächst. Aber egal. Haben oder nicht haben, wa? Schnell speichern. Das ist so geil. Oh. Hallo? Sie sagt uns nichts. Was ist das? Oh. Wie geil. Ja, gib mir alles. Das heißt, hier kommt gleich... Ich wette, hier kommt gleich so ein Kampf. Wenn es schon so breit steht mit Heilung und so weiter und so fort, dann hundertprozentig, tausend Rianenprozentig geht es hier gleich los. Ja. Ah, und speichern. Okay. Holy fuck, was ist das? Was soll das denn schon wieder? Greift uns das Ding an? Kann ich das irgendwie vermeiden? Da war das jetzt automatisch. Und ich wollte keinen festhaltenen Schuss. Nee, der greift nicht permanent an. Ja, du kannst auch meinen Tankkumpel da vielleicht... Nee, warum verfehlst du denn dort, Mädchen? Hier, was da nehmen wir? So ist gut. Wie viel Leben hat der bitte? Warum ist sein Name gelb? Ist sein Name immer gelb gewesen? Oder steht das für die Schwierigkeit? Wesen mit einem Rang. Die Namen besonders schwieriger Gegner erscheinen in unterschiedlichen Farben. Aha, selbst beantwortet. Lesen hilft. Um anzugreifen, welch enorme Gefahr von ihnen ausgeht. Oh, was? Um anzuzeigen, nicht anzugreifen. Holy shit. Kannst du... Nimm mal. Nimm mal kurz. Nimm das. Holy fuck. Warum greift er mich an, der Sack? Um anzuzeigen. Was? Welch enorme Gefahr von ihnen ausgeht. Gegner mit einem Farben sind überdurchschnittlich gefährlich und aggressiv. Namen orangenweisen auf extrem mächtige Gegner hin, die es allein mit einem ganzen... mit einer ganzen Abenteuergruppe aufnehmen können. Kann der bitte sterben, bevor ich jetzt nochmal zugreifen muss? Ich werde mich verteidigen, wenn es sein muss. Komm on! Hör auf zu verfehlen, du Miststück. Das ist ja älzen. Wie dir wünscht. Frost. Rune des Novizen. Waffen kannst du verbessern, indem du sie mit Rune verzaubert. Du hast Kälteschaden. Ist ja interessant. Geht das auch bei Bögen? Fragezeichen? Weil da benutzen wir ja normalerweise... äh... Pfeile. Um solche Besonderheiten zu haben. So, ich will tatsächlich wieder warten, bis beide voll sind. Das scheint mir die klügste Variante in diesem Spiel zu sein, um Wundumschläge zu sparen. Wie kann ich ihm sagen, dass er Tank sein soll? Ich weiß, mir hat jemand gesagt, es ging... Genau so wird es geschehen. Hallo? Ach, du bist nur... Okay, was machst du denn hier? Du hast aber ein feines Zimmer dafür, dass du ein Elf bist. Wahrscheinlich bist du nur hier zum Putzen. Dieres Pergament. Wofür auch immer. Ich nehme es einfach mit. Buch. Neuer Kodex. Geschichte von Beryl in Kapitel 2. Ich fürchte fast, ich sollte es dann mal lesen. Aber egal. Das lasse ich immer noch... euch entscheiden. Ich warte, hier setzen sie sich zum Kacken drauf. Ja, das sieht mir noch wie... Aber direkt neben dem Bett? Ich weiß nicht. Und hier ist die Badewanne. Doch, dann ist es bestimmt ein Klostuhl oder so. Sehr lecker. So einen schönen Duft in the morning, im Näschen ist doch... Da wacht man noch viel schneller auf. Wenn man sich denkt, ich will mich da raus aus diesem verfickten Raum. Aber das kann auch so eine Taktik sein. Dann sollten vielleicht manche sich auch überlegen. Wischt? Die immer zu spät zur Arbeit kommen. Genau so wird es geschehen. Einfach mal eine Bettwanne unterschieben, wenn es schwierig wird in der Nacht. Und dann stehen lassen. Und morgens wird sie ganz bestimmt ganz schnell in die Dusche. So. Das sind aber interessante Bilder hier an der Wand. Ich weiß nicht, was sie darstellen sollen. Das ist tatsächlich recht schwierig zu erkennen. Hier sehe ich ein Schwert. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Ein Drache vielleicht. Das könnte ein Drache sein, ne? Hier die Klauen. Flügel. Das ist auch wieder ein Drache. Und jemand, der ihn erschlägt. Jemand schreit da irgendwie. Hier kämpft jemand wieder gegen den Drachen. Okay, es sind tatsächlich nur zwei verschiedene Bilder, wie ich sehe. Wir speichern nochmal. Ja. Na, was haben wir denn hier? Keine Sorge. Wir machen mit den beiden kurzen Prozess. Halt's Maul, Idiot! Sie sind mit genug Blut befleckt, um eine Badewanne zu füllen. Was denkst du, bedeutet das? Dass wir uns unbedingt waschen sollten. Was ihr nicht sagt. Es bedeutet, dass eure Wachen tot sind. Dann redet, ihr habt nur noch wenige Sekunden zu leben. Ihr werdet für eure Taten bezahlen. Es bedeutet, dass eure Wachen tot sind. Ja, wir können ja mal das Offensichtliche aussprechen. Nein, nein, nein. Wir wollen doch nicht vorschnell handeln. Man kann über alles reden. Ich bin mir nicht sicher, wo die anderen sind. Ich würde das halt gerne in Erfahrung bringen, bevor wir über ihn urteilen. Nein, ich will euren Kopf sonst nichts. Glaubt ihr wirklich, dass euch Reden jetzt noch hilft? Wenn ihr etwas zu sagen habt, sagt es. Wir können, ich glaubt ihr wirklich, dass Reden jetzt noch hilft. Ich will nicht tot... Weißt du was? Wir machen die zwei. Wir machen die zwei. Bitte, bring mich weg von hier. Ich will nach Hause. Denk eine Minute darüber nach. Wenn du mich tötest, zerstörst du damit nicht nur dein Leben. Im Morgengrauen schwimmt die Stadt in rotem Elfenblut. Denk nach. Du weißt, wohin das führt. Wir können aber auch darüber reden. Du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ganz offensichtlich. Ende des Gesprächs, Zeit zu sterben. Er hat aber recht. Wenn wir jetzt den Sohn von dem König oder was auch immer das hier ist, oder vielleicht auch dem Verwalter der Stadt, ich weiß es nicht, ich habe es nicht mitbekommen, einfach hier killen, eine Ort und Stelle von einer Elfin, dann sind die doch alle erledigt. Im Umkreis von 30 Kilometern, mindestens, wahrscheinlich 300 Kilometern, werden alle Elfen abgeschlachtet aus Rache. Es ist also nicht, scheint mir jetzt gerade nicht sehr klug. Wenn ihr etwas zu sagen habt, sagt es. Ihr wagt es uns zu drohen. Wir erzählen in der Stadt, was wirklich passiert ist. Als ob das jemandem glauben würde. Er soll erstmal sagen, was er zu sagen hat. Die Lage ist die. Du kannst offensichtlich mit der Waffe umgehen. Wenn wir kämpfen, tötest du uns vielleicht sogar. Mein Vater wird das niemals dulden. Er brennt euren Schweinestall von Gesindeviertel nieder. Ich schlage vor, dass ihr jetzt einfach geht. Mit 40 Sovereigns im Beutel. Ihr nehmt das Geld und verlasst Denerim noch heute Nacht. Keine Vergeltungsaktion. Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. War das jetzt gerade ein anderer Synchronsprecher spontan? Aber irgendwie schlagen die Stimme ganz plötzlich ganz anders. Ich fühle nur euren Kopf. Und die Frauen lasst ihr sie auch gehen? Ich bin nicht käuflich. Dann gebt mir das Geld, der Handel geht. Wir können euch auch töten und euer Geld stehlen. Ja, das wäre pragmatisch. Ich will nur euren Kopf. Ich will nicht umbringen. Ich will auch noch nicht käuflich sein. Ich würde gerne wissen, was mit den Frauen geschieht. Die Frauen bleiben. Morgen können sie dann leicht angeschlagen nach Hause. Aber dann seid ihr schon weit weg. Das glaube ich nicht. Das ist der Handel. Schlagt ein oder nicht? Definitiv nicht. Es wird mir eine Freude sein, dass ich kein Handel. Es bringt einfach nichts, mit Klingenohren zu reden. Ich werde euch jetzt einfach töten. Ignorantes Pack. Achso. Jetzt passiert genau das, was ich nicht wollte. Warte. Oh Gott. Wir werden sterben. Oh Gott. Wir werden sowas von sterben. Ich finde aber gut, wer die ganzen Schreie einstudiert hat. Super. Genau da drin. Was? Wir sind gestunnt? Oh, das ist nicht gut. Oh, 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 oh. Das ist aber ganz schön... Greifst du? Oh Gott. He dead. Ich glaube auch. He dead. Das ist nicht gut. Können wir bitte... Oh Gott. Nimm das. Mein Sein. Ihn haben wir. Fehlen ja nur noch tausend. Hier, geh mal gestunnt und dann greif ihn an. Ich glaube, der wacht auch nicht wieder auf, wa? Bitte greif ihn an. Wir haben noch einen Wundumschlag. Ich glaube, wir haben auch noch Schwächere. Ah, gut. Warte, warte, warte. Das nehmen wir. Und dann sagen wir... Oh, die können wir gar nicht. Ich wollte ihn gerade stunnen, aber... Was machen wir denn jetzt? Jetzt machen wir die alleine tot, weil unser Kumpadre einfach zu doof ist. Ist der jetzt ernsthaft tot oder ist der einfach nur... Kampftot? Weißt du, was ich meine? Verwundet. Schwer verwundet. Warum lassen Sie uns nicht in Ruhe? Verfehlt? Wenn er gestandet ist und vor dir steht. Mädchen, was machst du denn da? Oh, ich glaube, da klebt Blut an mir. Ah, er lebt wieder. Hui. Er ist tot. Bitte sag mir, dass wir richtig gehandelt haben. Äh. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war jetzt im Affekt keine gute Entscheidung. Ich glaube, jetzt haben wir deutlich mehr Leute ins Verderben gerissen, als wenn wir hätten gesagt, mach mit den Mädchen so weit alles, wie du willst und bring sie halt morgen zurück oder so. Also, das hätte dann halt nur die Mädchen betroffen und alle anderen hätten aber weiter vor sich hin nehmen können. Und jetzt haben wir quasi alle zum Tode verurteilt. Das war... Das war nicht klug. Aber ich will jetzt auch nicht... Nein, ich stehe dazu, dass ich mich bescheißen entschieden habe. Äh... Ja, richtig gerne. Er hat mich dazu gezwungen. Wichtig ist nur, dass Schianne in Sicherheit ist. Äh, deine Reue kommt spät. Ich glaube auch. Ich... Ich bereue nichts, aber... Ach, nichts. Ich... Ich sehe im hinteren Raum nach den anderen. Schianne braucht dich... Flamone des Novizen. Das nehmen wir jetzt einfach mal. Ich rede gleich mit ihr. Ich will mich noch umsehen. Nicht, dass wir gleich weg müssen. Wie ihr wünscht. Ah, das war... Das war nicht gut. Nein, nein, nein. Das war nicht gut. Sind die irgendwie besser als das, was ich jetzt habe? Körperliche Widerstandskraft. Das ist tatsächlich besser. Das nehme ich mal alles mit. Ich hoffe, dass wir sowieso bald zum Laden können, wo wir dann nochmal Sachen verkaufen können. Hier muss ich gleich lang, bestimmt. Obwohl. Ne, okay. Dann reden wir jetzt mit ihr. Es tut mich so sorry. Lass mich nicht allein. Bitte. Bitte bring mich nach Hause. Ja, wir gehen nach Hause. So viel Blut. Ich... Ich kann gar nicht hinsehen. Es ist überall. Du hast sie getötet, oder? Du hast sie alle getötet. Wie Hundisch, Jani. Ich glaube nicht, dass das sie beruhigen wird. Ich habe getan, was ich tun musste. Nicht nur sie. Alle Menschen, die dir wehgetan haben. Gut. Gut. Wird... Wird sie wieder? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie so ein bisschen ein Ding weg hat. Ich frage mich auch, inwiefern sie schon, ne, bei der Sache waren bei ihr. Was natürlich wie so ähnlich dargestellt worden ist. Aber ich glaube, das wird so ein bisschen impliziert. Wir müssen hier raus. Hoffentlich würdest du... Sie wird es überleben. Wie geht's dir? Wir müssen hier raus. Hoffentlich. Äh, gute Idee. Das wird ja wunderbar. Ihr seid zurück. Ist Jani verletzt? Wo ist Tormis Tochter Nola? Nola hat es nicht geschafft. Sie hat sich gewehrt und... Sie haben sie getötet. Nalaras auch. Die Wachen haben ihn umgebracht. Ich verstehe. Würde der Rest von euch Frauen Jani bitte nach Hause bringen? Sie braucht jetzt Ruhe. Natürlich. Und jetzt sprich. Was ist passiert? Die Familie des Arztes ist jetzt etwas kleiner. Hm, nett. Es gab eine ruhmreiche Schlacht. Darüber möchte ich nicht reden. Ich glaube, wir sollten ihm schon einen Bericht erstatten, damit er weiß, worauf er sich vorbereiten kann. Dann ist die Garnison gewiss schon unterwegs. Euch bleibt nicht viel Zeit. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. Wir verstecken uns hier, bis sich die Aufregung gelegt hat. Wir müssen Dännerinnen wohl für eine Weile verlassen. Wenn sie kommen, werden wir kämpfen. Hm. Wir verstecken uns hier. Nee, wir sollten verlassen. Vielleicht, wenn wir nicht da sind, sind sie so beschäftigt, uns zu suchen und an uns nur Rache zu üben, dass sie die anderen in Ruhe lassen. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall, aber ich versuch's trotzdem. Ach, dass es so weit kommen musste. Die Wachen sind hier. Keine Panik. Warten wir erst einmal ab. Die Wachen sind hier. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018